Was ist das denn? Da ist die Webcam an. Was ist das denn? Oh, jetzt geht auch noch das Licht aus. Was ist das denn? Bist du überhaupt nichts? Hä? Schön, Buch, aber kein Licht. Dass sich da wieder was ausgedacht hat. So Leute, Selfie-Action. Moment, meine Haare sitzen nicht. Du musst die Fotofunktion einschalten, nur nicht die Videofunktion. Du hast ja. Ja, aber wo bestell ich den? Oh, hallo. Was war das denn? Moment, ich mach die Taschenlampe. Ja, ich hab sie. Oh, warte. Ist der PC? Nein, oder? Hallo? Ja, das Buch war eine super Idee, aber im Dunkeln kann ich aber schlecht lesen. Warum macht das Licht aus? Der Computer hat größere Probleme. Der Computer ist auch aus, da ist meine Präsentation drauf. Die muss bis morgen fertig sein. Ich kann hier grad gar nichts machen. Also das Buch und du bist da mit keinem Problem. Dina, beruhig dich mal. Was ist denn für eine Präsentation überhaupt? Naja, die FAA nimmt an der Aktion von der Zeit teil. Eine Uni, ein Buch. Und deswegen hat der Thorsten auch das Buch Blackout, weil darüber haben wir unsere Aktion. Und bis dahin muss ich bis morgen deswegen die Präsentation fertig haben, weil das die für Werbungsunterlagen. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Dina, entspann dich mal. Geh einfach mal zum Rektor und frag den einfach mal, ob du irgendwas daran rumdrechseln kannst. Dass du es irgendwie vielleicht immer morgen abgeben kannst. Ich kann noch was dran rumdrechseln, aber vielleicht sollte ich mal mit dem... Ja, hier genau. Ja. Ja, danke. Wie geht denn jetzt diese blöde Kamera aus? Herein! Entschuldigen Sie bitte die Stärkung, Herr Professor Bauma. Wer sind Sie denn? Ja, hallo. Wissen Sie warum der Strom hier halt ausgefallen ist? Ja, das wüsste ich auch mal gerne. Aber gucken Sie mal hier, habe ich auch ein ganz merkwürdiges Phänomen hier, weil leuchtet die Kontrolllampe von der Kamera. Aber irgendwie kriege ich sie nicht ausgestellt. Ich versuche hier überall rumzudrücken. Da ist ein Problem. Aber das läuft hier falsch. Was ist das denn jetzt? Wer will denn da was? Eine Sprachnachricht? Professor Baumann, vielleicht wundern Sie sich, dass Sie im Dunkeln sitzen. Wir haben das Stromnetz der ganzen Stadt gehackt. Im selben Moment erhalten die anderen großen Köpfe aus Aachen die gleiche Nachricht. Sie können nichts gegen den Blackout tun, außer zu sehen, wie Aachen im Chaos versinkt. Lächeln Sie doch ein letztes Mal für uns in die Kamera. Schweinebacke, das wollen wir doch erst mal sehen. Da hast du die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Weil wir haben hier IT-Spezialisten in der Fachhochschule, die werden dich da schon Moores lehren. Da wollen wir doch erst mal gucken. Musik Nachdenken. Untertitelung des ZDF, 2020